Willkommen, abonnieren Sie den Kanal, um die schnellsten Nachrichten des Tages zu erhalten. Krasse Veränderung bei Carmen Geiss. Die Millionärsgattin zeigt sich auf Instagram mit schwarzen Haaren. Carmen Geiss ist für ihre blonde Valimene bekannt. Zweimal die Woche stattet die 54-Jährige ihrem Friseur einen Besuch ab, um sich ihre Haare stylen zu lassen. Doch ihrer Haarfarbe ist sie bisher immer treu geblieben. Bis jetzt? Auf ihrem Instagram-Account überrascht Carmen mit pechschwarzen Haaren. Das wäre mal eine krasse Veränderung. Was sagt ihr, kommentiert sie das Bild. Hat Carmen sich etwa wirklich für einen neuen Look entschieden? Unklar. Aber wahrscheinlich trägt der TV-Star nur eine Perücke oder hat etwas mit Photoshop rumgespielt. Das Rätsel aufgelöst hat sie bisher jedoch noch nicht. Übrigens hat Carmen kürzlich auch Göttergeitte Robert zum Friseur geschleppt. Das Ergebnis pustete sie stolz auf Instagram. Robert war heute bei meinem Friseur in Dubai. Endlich habe ich ihn mal dazu bekommen, sich eine schöne Farbe und vor allem einen guten Schnitt machen zu lassen, freute sie sich. Mal sehen, wann uns das nächste Geist-Familien-Mitglied mit einer neuen Friseur überrascht. Danke fürs Zuhören.